Liebe Freunde von Smarana, liebe Menschen des Lichtes und der Liebe, voller Freude, darf ich jeden Einzelnen von euch einladen, in das Quantenfeld der Liebe und der Kraft einzutreten. Denn gemeinsam, gemeinsam sind wir stark und tragen das große, helle Licht auf die Erde. Wir tragen den Frieden auf die Erde und wir heilen das, was geheilt werden darf. Wir unterstützen all das, was Unterstützung braucht und so kann ich sagen, schön, dass du heute hier bist. Und so nimm einen tiefen Atemzug des Lichtes der Liebe, atme ihn ein und aus. Und stelle fest, wie du über das Atmen in einen Kreislauf des Lichtes hineinkommst. Wie dich dieses Licht reinigt von negativen Gedanken, von negativen Beeinflussungen. Und wenn du magst, so lass es einfach geschehen. Gib dich hin, dieser Energie in tiefer Liebe und dem Vertrauen, dass das Licht für dich da ist. Und in dem Wissen, dass du selbst die Fülle der Liebe bist, die Fülle des Lichtes bist. Und dadurch, durch diese Gedanken, bildet sich jetzt das Quantenfeld des Lichtes, der Liebe, der Fülle und des Friedens. Allein durch deine Anwesenheit, durch deine Liebe, dadurch, dass du bei dieser Meditation dabei bist. Und so spüre, wie dich diese Energie trägt und ausdehnt, nachdem sie dich gereinigt hat. Und vielleicht kannst du auch spüren, deine Lichtgeschwister, die ebenfalls hier sind. Denn gemeinsam sind wir stark. Wir schaffen das. All diese Energien fließen in dieses positive Quantenfeld hinein. Und nun projiziere die neue Erde in dieses Quantenfeld, in der alle Menschen glücklich sind. Auf dieser neuen Erde gibt es das höhere Bewusstsein, was die Menschen tragen, welches sie aus dem Mangel hinausführt, welches sie glücklich sein lässt, welche sich gegenseitig helfen und welche jeglicher Macht entsagen, es gibt keine Macht mehr. In diesem Bewusstsein gibt es keine Dualität mehr. Die Zeit des Übergangs ist bereits vorbei und wir haben es alle geschafft. Und so sende nun in dieses Bild deine persönlichen Wünsche mit hinein. Mit welchen Menschen möchtest du zusammen sein? Was möchtest du mit diesen Menschen machen? Sende deine Bilder in dieses Feld, damit sie sich verankern können. Und gemeinsam ein großer Lichtstrahl entsteht, welcher unsere Bewusstsein in die fünfte Dimension hineinträgt und vereint. Und ich gebe dir nun ein wenig Zeit, damit du alles in dieses Feld hineinbringen kannst, was dir wichtig ist. Und so sehe ich, wie dieses Quantenlichtfeld zu strahlen beginnt und eine riesige Kraft des Lichtes sich jetzt in diesem Moment über die Erde ergießt. Durch dich durfte das geschehen. Durch dich wird das Licht gestärkt und die Angst verabschiedet sich. Und so komme nun in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder langsam in das Hier und Jetzt zurück. Sei wieder ganz da und lächle. Denn Lächeln hat die Kraft der Freude und sie verstärkt deine Visionen. Ich danke euch allen. Es war wunderschön. Wir sehen uns zum nächsten Video. Und wer mehr über die Quantenfeldtheorie erfahren möchte, findet unter dem Video ebenfalls einen Link. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.